rein tötig könntest du egal in welchem namen einfach feed reinmachen und das klingt sofort gut meine rohnseite äh meine mastery seite heißt feed wieso die mastery seite klingt gut eben da fällt mir halt ich muss alle anderen löschen dora feed klingt auch richtig geil sind feed wunderbar ladifeed perfekt fluddy feed fluddy feed fluddy feed räumt sich auf dhgb leid zu mir ist dhgb illuminati confirmed ok muss gucken ob ich noch eine decke finde nein hat keine decke verdient ich decke ihm einfach einen sackel an ich möchte anmerken ich habe seitdem die nicht mehr gespielt carry martin wobei er spielt mir eine meine nach meine meinung zieht ja leider nicht auf nasus mitgenommen ich verstehe diese leute haben drei mal late game schämt schlechthin und nehmt auf die lane mit die hoffnung dass das wo wir wollen im early game gewinnt wenn ich knacken kann tut er aber nicht trotzdem das ist das ja ich mache nur schaden am anfang das ist nicht mit oder macht immer noch nur 90 schaden aber eins ist falls logic ich werde das einfach nicht stelle mich jetzt einfach in seinen busch und scale w dann lasse ich hier viel einlaufen und dann werde ich ihn trotzdem dass er einfach umbringen da kann er mal sehen wie ich will dann igniting bringt sorry 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 reported ok position acquired Was? Lass mich dich von der Seite zu ziehen. Äh. 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 Was meint ihr, was ich als erstes gehen soll? Kdoch darment, ich kann nicht emoten, weil mein Emote und Mastery lengthen aus derselben Tasten ist. warte ich nämlich ich habe kein blubber ist jetzt das gehen soll ich glaube gegen die jungle monster muss ich sagen sorge sieht auch nicht ganz rechtlich aus ich weiß nicht ob die oder weber sagt lex wundervoll doch gegen das erste vielmals erst mal oder gegen die erste zweifel ich möchte das mal gut das ist ein einzelkampf deswegen kannst du anfangen was ist eigentlich stimmt ja stimmt wenn man kippen geheilt es tut so als wäre es ein kred nice als auf die heilnehmer mein dienst kann ich mich doch nicht heilen dabei die schlitter wenn alle beportet jetzt halte ich mich gut gut geheilt ja siehst du habe ich ging geil denken jetzt sie können etwas aber dann hau ich einfach zurück ich möchte an die kategorie gerade zu tode auf level 1 als wein ja als wein und ich bin useful i carry my team oder fladden gefällt mir muss das so erst umsetzen gut drin stehen geblieben wenn ich gerade eben level 2 gewesen hätte ich die einfach in den tower geinsekt wirst du meine kampf anzeige ja wir hatten hat weil man ein minion gewissen ja warum ich hab grad nichts gehört weil mein herz hat sich das ab alter schalte ich mich mal für eine minisekunde oder so aus genau während des kreis guck die bonus muss die von mein q hat mich gerade gesaved ich habe ich habe es angekündigt das ist einfach fall ist da aus dem early game nicht da gibt es kein wenn und kein aber er geht halt helm auf mich ich habe eine minion wave ich habe mehr leben er geht aber helm auf mich für no reason fuck you fuck you uri wisst ihr er folgt mir gerade den krug klau was ist meine w geht ihr einfach das ist der disrespekt disrespektvoll das dumme ist er hat mich mit den erden ich bin der fähigkeit getroffen amart hat gut wie kein mann und verschwindet immer weiter hat gerade kennen wir nennen die night w gut dass das nicht mehr heilung gibt sie mann aus ballad sie behindert ich habe gehört ich rushe der eu und hopp dann auf den 20 prozent one shot ich hätte gerne wissen in dem bus aber ich habe kein wort ab was ist ein wort ok flash und wie ich denke ich bin mir irritiert und die leute kein deal dabei habe als die nase zu früh das schöne ist der barrier ist im late game besser als hier manchmal aber auch nur gegen assassin's haben wir assassin's nein wir haben leute die dich so dass so umbringen wenn du zu nah dran bist deswegen verstehe ich nicht ob die barrier dabei hat das problem ist halt was das leben dann eigentlich mehr hier wenn du auf der lane hier ist dann hast du halt das leben was geil ist das leben hat nicht und das ist eine blutung ja ja das ist traurig ja ich bin da ganz schön darius meldenkapper ja darius meldenkapper ich dachte nur der kane kommt aus meiner richtung no shame oh guck mal wer der kommt guck mal wer der hämmert ruhig doch der kane kommt ja der kane war botman der kane war botman jetzt wird gefeedet gefecht mann ich bin kapitiert dass wir mal den torflashen müssen bring ihn nicht auf dumme gedanken wieder reinflashen können tage aber nicht weil wir haben ja einen guten jungle aber ich bin zu scheiße im jungle das kannst du gar nicht passen wer von euch kann mir überhaupt noch die idee dass ich pill benutze du ich bin zu ehrlich egal wie die zu dumm werden die ist doch echt bescheuert du hättest ja du hättest ja nicht davor auf das andere wechseln müssen du hast nämlich auf ne warte ja bei auswahl hier deine auswahl das wäre zu viel gewechselt aber davor hat das ja noch etwas mit kriegst du dich bitte nicht selbst rum danke ich habe nur eine hp ich mache das gerne ich bin ja an 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 Never mind, ich komm bot nicht Du kommst doch im Klau, oder? Ja, ich komm klar, ja, und die können mich auch 2 gegen 1 nicht fighten, das könnt ich gerne versuchen Das sind ja alle nur auf mich, geh diese Fotzen Das Ding, was erwartest du? Da bist du gefocust Das hat das Spielen von Ding so an sich Oh, der Boots Rush, ey, das ist gar nicht mal so dämlich Du kannst doch schneller von mir wegrennen, das ist echt Du kannst ruhig ganken, ne, also so ist nicht Ich komme It's time to feed Ist aber die Kamer da Oh, bam Guck mal, im Gegensatz zu Kamer, ein bisschen guter Support, ich hab null Farm Hi Okay Ja, die Kamer hat ja auch schon mindestens 2 Canyon Rien mit ihrer Ulti-Q gekriegt Äh, Ripcane Den Flash hab ich gesehen Oh, den Flash hab ich nicht gesehen Er hat einfach in den Flodimir rein geflasht Obwohl er über der Wand flaschen wollte Jetzt wärs geil TP zu haben Waffler, äh, Nasus, äh Kann ich alles haben Das hieß, das hieß, ich wollte lieber gegen dich die Lane verlieren anstatt gegen dich die Lane zu verlieren Mmmh, Crossblood-Tirot-Gold Ja Gutes Mite Oh, noch mal ein Lucky Me Gut, dass uns das Soraka so nützlich ist Und nicht, wenn irgendwie ein Novel 3 steht Bitch, bye Ja, wir haben auch einen schlechten Jungler Kannst du mich freuen Ich hab den Drangle bekommen Ja, nur wegen meiner Hilfe, sonst wärst du dann gestorben Oh, Nasus ist Mittler, ja genug schon Hallo Nasus Cain ist auch hier, und alle Hallo The fuck do you want The fuck do you want Frieden Hat schon wieder auf dich engaged Ist ja immer noch der Meinung, er macht Schaden Mit, wie viele Stacks er hat 80 Nicht in die Ding reinrennen Da läuft der immer noch nach vorne Dude Ab 500 HP machst du sowas nicht mehr, das ist dämlich Jetzt kommt Cloud Drake in Einsatz Oh ja Cloud Drake im Einsatz Oh alle Flächen Okay, die sind grad alle gestorben und haben alle ihre Summers gebürnt Ich glaub besser hätt's nicht werden können Oh, da sind wir bei den Crux Hallo Na Oh, da ist eine Knall Willst du ja sterben, oder? Oh mein Gott Oh mein Gott, er hat die noch gekriegt Ich komm, ich komm, ich komm Komm her, yeah Oh Der braucht schon ohne 10 Da hat jemand Darius gefehlt Weißt du? Ja, haben sie tatsächlich Du darfst meinen Farm zu nehmen Ich nehm nicht deinen Farm Ich nehm den Farm, den ich mir genommen habe Ich nehm den Farm Alter Darius ist so ein dummer Champion Ja Ich verstehe nicht, warum die Leute einfach nicht verstehen, dass das ein Juggernaut ist Ja, das fightest du heute einmal nicht Aber irgendwie scheint das zu viel zu sein Nächstes, die Tristana will schon wieder heimgehen Ja Oh, ich müssen... ah ja, kein Wunder, die Ori kommt wieder runter, ne? Das ist ne Oriana Das Böses im Buch Das ist halt 47 Das tut mir schon fast leid Die sind wir sofort auf die Tanne Fuck off Ich hab einen Farm Ich bin ein schlechterster Brotter, ich hab einen Farm Konnte ich nur Ich hätte Tarkons bauen sollen Arnens Cancer Die hat explodiert Bisschen hart Ich hab in 1 Sekunden ult Ich meine für Darius muss der nicht mehr ulten Okay, zurück Du kannst ja versuchen für die Gegner zu ulten um Darius eine Challenge zu geben Irgendwie kommt doch keiner mehr, ich weiß auch nicht Aber jetzt glaube ich schon 2 Minuten lang auf diesen Tower ein Yes, mit dem E Da ist ein Nasus Wo ist denn hier ein Nasus? Ich hab's skippt hier auf Ich würde mich nicht wundern Wenn keiner kommt, dann kommt halt keiner Ich kann sie ja nicht zwingen Nein Ich weiß nicht, ich hab ja immer Angst vor diesem Feld Weil ich sonst, wenn ich Nasus sehe, eigentlich immer gewohnt, dass die A.T.G. in die Nasen Sind da 4 Leute bei euch botlane? Äh, ja, und das und also Oh ne, sind nur 3 Leute Na komm, okay Bitte springen auf mich Komm, du willst es doch, Dressana Mutiger kleiner Bundle Gunner Ich halte mich einfach hoch hier Ich habe jetzt 20% Chance, dass sie zu töten Wenn ich das mache Schade Lucky Ja, bei mir kam sowas nicht durch Aber Genau, dein Guck ist Stop Lane Zurück zum Buschen Aber das war noch mal, wo du das schöne Kennenlindienst, oder? Ohaoh Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, okay Okay, mit Flash Hat der Garen gemacht Flash Ignite Q Das war, das war Wie der Garen vorhin Das war wunderbar Ich kanns nur empfehlen, wenn jemand Eregen der Schöweffahrt das hat Ich kann einfach Darius spielen Das ist göttlich Das ist meiner Ich bin F.E.W.A.N.S Oder? Oder bitte den Hampton Healing Station For everyone Even for the enemies Heilungen Kostenlose Heilungen 1,98 1,98 Online Defekte bei jedem dritten Stack Ist der gefordert? Wüsste ich gerne Warum hast du Zeit ins Feld auf mich? Weil es nur 1,7 Sekunden cooldown hat 1,98 1,98 2,98 2,98 2,98 3,98 Gott dammit. Immer haben alle Flash. Das ist frustrierend. Und ich ist immer der Traum. Dario Start-Counter. Flash. Hier sind wir die Minions zuhören, die rennen nicht weg. Ooooooh, Side-Gott-Gott. Side-Step-Gott. Ich zöckel hier gerade vier Leute um mich rum, weil sie Schiss vor mir haben. Drei Leute zöckeln mich rum, weil sie Schiss vor mir haben. Komm her! Ich erpresse den Mana mit. Komm schon frustrierend. Hallo, tschüss dir. Ich bin mir sie doch an, Mann. Ich bin doch auch da. Sade. Mein Mana ist alle, das ist traurig. Ich geh keinen riesigen Geilen. Gut, dass den Redbuck secure. Ich sitze auf Geld. Sitze auf Geld? Ja. Soll ich mal Ashe nehmen? Fucking dammit. Jetzt wissen müssen. Fucking Normies. Riiiin. Hm, was ist denn hier? Ich bin jetzt die Heil-Bitch für Darius, damit wir Spiel-Carrieren können. Ich lasse dich. Ich kräfte den Surrender-Dienst. Ich kräfte den Surrender-Dienst. Ich kräfte den Surrender-Dienst. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Es ist Stockton. 는데요 halbe Fill-Bitch benutzen, seu gehöre zentren und mein2. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Spätestens genug Mana für Ulti. Leider ist er noch nicht für Besuch. Stimmt der auch noch? Das wär jetzt gut. Ja okay. Also da hab ich richtig reingesackt. Bei Darius kann man nicht reinsacken. Ich hab halt ohne Mana. Und ohne Ulti hab ich immer noch zwei Leute totbekommen bevor ich gestorben bin. Ist irgendwie traurig. Irgendwie schon. Genau deswegen spielt man Darius auf Full Tank. Und dann ist man der größte Cancel, wie man sich vorstellen kann. Du kriegst nicht tot. Du stehst halt auf dem Fimer. Aber du 5 Stacks hast, ist einfach vorbei. Ich krieg halt 120 Array, wenn ich meine Passive stack. Das ist so dumm. Mich wunders grad, dass Wladimir noch nicht einmal geistlich, äh, nicht einen Teil für geistlich gekauft hat. Ich mein mit Suraka im Team. Doch gegen... Das liegt daran, dass die Gegner so wenig Matching haben, dass ich dachte, AP ist nützlicher. Wo ich ihm recht gebe, ehrlich gesagt. Ja, ist es auch. Spirit Rissage macht Sinn, wenn die Gegner wirklich Matching Damage haben. Aber ansonsten kannst du genauso gut auch, äh, Full AP nehmen und... Oh mein Gott. Nevermind. Was? Was hab ich gemacht? All me. Was hab ich gemacht? Nichts. Krieg nach Sterbenkraft, trage dich. Merk, Mann. Der ist einfach kein Ex-Bridge. Der ist einfach direkt gestorben. Ist das meine Fähigkeit? Ja, du tötest Gegner. Ist deine Passive. Friendly we kill an enemy, every three basic attacks. Nein, aber der hat grad Damage Over Time bekommen, obwohl ich gehört habe, dass ich gar keinen Ex-Bridge habe. Aber langsam können sie mich killen. Das ist scheiße. Ja, Mann. Wann bleiben die hinten wieder rein? Reap. Okay, im jetzt serious, ich glaub wir sollten... Groop. Das wäre ja vert Berlin gut, die Dirk. Darf der, während er solo in eine Minion Wave reinrann, die eine Minute sterben könnte? Nein, der Northos kommt. Wie gefährlich. Er hat mittlerweile schon 77 Farmen, also der Schieb geht ab. Er hat mittlerweile schon Trinity fertig. Minute 22, er hat sein zweites Item vollendet. Und das erste war Schuhe. Traurig. Armes Sau ey, armes Tuff Tuff. Er hat 3 Kills. Naja. Woher hat der Bitch schon die Kills? Das gibt keinen Sinn. Kein, lass uns schon mal. Excuse me sir, what the fuck are you doing? Ganz einfach, ich hole mir Geld. Für Items. Alles gesund bei dir? Ja? Ja, ja. Dann ist gut. Ja, es ist geslowed. Ey. Hallo wie die Gegner nicht bekommen werden. Ich habe ja, ich gehe einfach BF for free, wenn ich R drücke. Schon nicht bad. BF for free. Ja, du musst da so rechnen. Wenn du einfach nur Raw Stats bekommst, dann kriegst du wie viel Gold das noch für free ist. Ja, flash. Jetzt drücke ich einfach 1300 Gold ins Inventar. Sogar ein bisschen mehr. Ich krieg ca. 1600 Gold ins Inventar. Zwei Leute flash, ey. Da kommst du einmal ran. Du musst das so sehen. Das können die auch alle 5 Minuten erst machen. Irgendwann kriegst du sie. Deine E hat weniger cooldown als Flash. Ja. Veränder. Oh, Attack Speed. Ich finde schön, dass die nicht interessiert, dass die hier gerade einfach so nur die Bot-Lane einpush hat. Ja, ne? Ja, ich meine Darius ist schlimmer. In der Hip-Top-Lane. Tristan hat Hurricane gebaut. Gut. Okay. Geh da mal Dragon machen, ne? Ich hab ja sonst nichts zu tun. Ja, mach das ruhig. Ja. Nimm unterwegs noch wieder den Jungle mit. Mein Lieblings-Camp. Hallo Krux. Auf ein neues. Lass es dich halt am Tower. Er wartet einfach für irgendwas. Er hat einfach die Ruhe weg. Solltest du dich vielleicht mal nicht umbringen? Kann man sich überhaupt mit Soraka umbringen, wenn jemand hier fehlt? Ne. Ne, kann man nicht. Man kann es da nicht mehr benutzen. Aber er kann sich aber einen HP bringen. Ja, das stimmt. Das kannst du mit Konto auch. So. Mein Job ist dann hier. Bitch, I fuck you up. Ich bin schnell, wie du bei seiner Welt fast stehen bleibst. Ich bin schnell gebaitet. Ich bin schnell gebaitet. Ich bin schnell gebaitet. Das wird's. Something wird so wacker das. Baiten. Und baiten. Und fielen. Und baiten. Oh, was? Sorry. Der Menschen baiten. Äh, safen. Ich hab mir mal eben ein bisschen Baiten geholt. Der wird immer noch ein Pushs. Der wird die Gegner einfach nichts machen. Ich mach ja nichts anderes. Komm ich mal. Nice try. Okay. Okay. Uri hat keine Ulti mehr. Ich reiß mit Lane ein. Sie macht mit dem Crit 140 Schaden. Das finde ich würzig. Komm mal kurz weg. Okay. Will you get lost already? Okay. 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 Ich komm gar nicht dazu, sich die Vayne-Mechanics auszupacken, weil dieses Spiel einfach nicht so lang geht. Alter. Ich sitz doch schon wieder auf Geld, aber... Ja, ich sitz doch auf 4000, also... Ja, ich sag's vorhin, halt auf 3, 7. Ich hab TP. Ich komm dann mal gleich wieder. Jetzt ist lustig, wie sie einfach... Du bist abgebrochen, Philipp. Jetzt werdet ihr mal sehen, ob die sich das trauen. Ich hab's gewählt. Das war dein early child. Wenn du rum. Nein, 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 nein. bian. Darよ! Okay, ich durfte noch Sickel. Hey, jetzt sind deine Stats wenig. Deswegen ist Aero 4F war. Nicht gut. Ja, ja. Was für'ne super? Das war eine perfekte. Nicht gut. Ja, ja. Meine Stats sind einfach lebt Tag Speed! Arnd Cancer Das sind deine Stats lebt Ja, 1337 Gibt's lebt fam Alter, das geht mal GG Na GG Der endlich mal ne Kiste Alter, geil Für ein 404, wo ich nur gefärbt habe Kriege ich ein S Plus Äh, ein A Plus Ich hab B Plus Da wir das gefeedet haben Ich hatte auch noch ein Keine Ahnung Stinger Kali E Meine Ohren Ist doch ein wunderschöner Skin Alter, um ihn zu abgegehen Brauch ich nur 220 Dissensen Du wertlos ist er Siehst du mal wie wunderschön der Skin ist Kiste aufmachen das ko so Dankeschön Als nächstes Vielen Dank.